Eine neue Einzimmerwohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Leipzig. 1996 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Haus hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon sowie einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 31 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Wohnung auf 283 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.